Ich kann von einem Einsatz zurück, in einem Leichensack. Aber es gibt interessante Nebenwirkungen. Nur kein Puls, kein Herzschlag. Muss rohes Fleisch essen. Die Infektion fließt durch seine Adern und weitet sich aus. Unglaublich, wie schnell das geht. Was soll das werden? Sie müssten eigentlich tot sein. Tod. Das Virus könnte sich ziemlich schnell ausbreiten. Millionen Menschen könnten sich anstecken. Kommt her, holt euch euer Frischlecht-Zombies! Für einen Toten siehst du ziemlich gut aus. Ja. Ah, ja. Das ist einer der schlechten Nebeneffekte dieser Krankheit. Hey, du hast da was. Nein, nein, auf deiner Seite. Ja. Aber sie verwandeln sich doch nicht auch in so'n Ding, oder? Weiß ich nicht. Hierher! Nein, Sonny! Das war der Letzte. Wenn die Toten erwachen, um die Welt der Lebenden zu erobern, kann nur ein Mann dich retten, wenn er nicht der Erste ist, der dich frisst. Seit ich dich kenne, lebe ich im Thriller-Video. Nenn mich Michael. Hab ich die Schnauze voll von dir! Ich rüche nur tote Menschen. Dead and Deader Jews Pray. Schon ein Da ладно! Ich bin Fried.